ProDG ist eine freie Bürgerliste, die sich in den letzten Jahren insbesondere für eine gute Bildungspolitik stark gemacht hat. Wir setzen uns ein für eine gute Unterrichtsqualität, für sehr viel soziale Gerechtigkeit im Unterrichtswesen. Wir haben in diesem Zusammenhang als freie Bürgerliste viel bewegt. Es bleibt aber auch noch viel zu tun, deshalb brauchen wir ihr Vertrauen.